Wir sind die Big Bang Federal Penguins Summit. Kurz FPS Big Band und wir sind lauter junge Jazzmusiker aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz, die sich zweimal bis dreimal im Jahr treffen und einfach gemeinsam Musik machen, gemeinsam Projekte realisieren, Proben, Konzerte spielen und so weiter. Für dieses Jahr haben wir uns das erste Mal ein großes Projekt vorgenommen. Wir wollten auf jeden Fall mehrere Konzerte spielen als sonst, wir wollten weiter unterwegs sein, unsere Musik an mehr Leute bringen, mehr Leute erreichen und haben uns dafür mal das ganze Bundesgebiet ausgesucht. Und zwar klar, diese Deutschland-Tour wollen wir aber auch nicht nur alleine machen, sondern wir wollen uns auch Gastmusiker dazu holen. Wir freuen uns, dass wir in dem Projekt Markus Ham und Alexander Bühl als Gastmusiker für uns gewinnen konnten. Die sind beide schon seit einigen Jahren in der deutschen Jazz-Szene aktiv und gestalten diese mit ihren Ensembles mit, sind bundesweit immer wieder zu hören und auch im europäischen Ausland immer wieder auf Konzertreisen. Wofür brauchen wir Ihre Unterstützung? Ja, wir haben mit diesem Projekt natürlich enorme Kosten zu decken. Wir sind 18 Mann in der ganzen Band, haben große An- und Abreisekosten, Fahrtkosten während der Tournee, Übernachtungskosten und so weiter. Da kommt ein ganz schöner Haufen zusammen. Wir wollen auch Gagen auszahlen an die Musiker. Es sind ja auch alles Profimusiker, die davon leben wollen. Und diese Kosten schaffen wir eben nicht alleine über unsere Konzerteinnahmen zu decken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in dem Projekt unterstützen. Natürlich wollen wir Ihrer Unterstützung auch eine entsprechende Gegenleistung anbieten. Und alle Informationen dazu, wie auch zum Projekt, die Tourdaten und so weiter, finden Sie unter diesem Video im Infotext. Weitere Informationen über unsere Band findet ihr auf unserer Webseite fps-bigband.com. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir wollen uns in der Zeitung. Das war's für heute. Das war's für heute. Musik Musik